Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Morrill und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play Software Inc. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle und die Putzkraft steht immer noch vor der Tür und weiß nicht, ob sie dort durchgehen soll oder nicht. Ich glaube, sie kann sie noch nicht so richtig entscheiden, ob die Tür zum Öffnen da ist oder ob sie nur zum Angucken da ist. Sie scheint sie auf jeden Fall zu bestaunen, unsere einzigartige Tür, die wir dort haben. Während alle anderen fleißig arbeiten, schaut sie einfach nur die Tür an oder ist es eigentlich ein er oder eine sie? Es scheint ein er zu sein. Er ist so fasziniert von der Tür. Er könnte sie sich den ganzen Tag lang angucken und er hat halt gerade nichts zu tun. Ich glaube, seine Arbeitszeit ist bis um zwölf und solange er nichts weiter zum Putzen hat, wird er vor der Tür stehen und sie sich angucken. Hat auch was, okay. Wir programmieren in der Zwischenzeit natürlich weiter unser Betriebssystem, werden die Zeit mal wieder auf schnell stellen und hoffen, dass wir einen neuen Wahnsinnserfolg damit einfahren werden, dass wir dann vielleicht auch für unser neues Betriebssystem, naja, vielleicht auch mal das erste Spiel schon herstellen können. Das wäre auch nicht verkehrt, wenn wir mal so das erste Spiel einfach mal herstellen, weil gerade in den 80ern, 90ern, glaube ich, waren das Spiel ja schon ein Highlight für sich. Und die wurden ja dann auch gezockt ohne Ende. Da war es nicht so wie heute, wo man dann vielleicht ein Spiel, naja, ein paar Mal anspielt und das war es dann so nach dem Motto. Sondern das war ja schon so, es war einerseits natürlich kostentechnisch, also so ein Spiel hat ja eine Menge gekostet, war das schon ein Faktor. Und dann hat man das natürlich umso mehr genossen, wenn man das dann zocken konnte. Ich selber habe in den 80ern, glaube ich, gar kein Spiel gezockt. So war ich noch nicht in der Lage. Aber ich kenne das auf jeden Fall auch noch, wenn man dann so teilweise auch von seinem Taschengeld dann einfach sich das abgespart hat. Wenn man dann wirklich das Spiel, auf das man vielleicht schon so lange gewartet hatte, dann endlich im Regal stehen hatte, damals ja noch in den Verpackungen. Also ich bin so ein typisches Kind der 90er Jahre, würde ich mal meinen. Wir hatten auch in den 90er Jahren unsere ersten PCs und so weiter und so fort. Und ja, und dann hat man sich das halt vom Munde abgespart, dieses Spiel. Und dann wollte man das auch zocken ohne Ende. Ich kann mich noch an irgendeinen Weihnachten erinnern. Da war ich so aufgeregt, da habe ich einen Teil der Civilization-Reihe geschenkt bekommen. Und ich wollte es unbedingt noch an diesem Weihnachtsabend spielen dürfen und habe dann meine Eltern darum angefläht, dass ich doch jetzt bitte dieses Spiel spielen gehen kann, quasi mich von der familiären Stimmung, vom familiären Beisammensein lösen kann, dass ich einfach mal in mein Zimmer reingehen kann, um das Spiel zu zocken. Da habe ich mich so drauf gefreut. Und dass ich das dann auch noch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, das war für mich der Hammer. Also das war das Größte für mich damals. Und dann, weiß ich noch, ich habe das Spiel gezockt ohne Ende. Und, uh, was ist denn hier los? Unsere Angestellten fordern mehr Lohn. Okay. Naja, den sollen sie ruhig bekommen. Ich glaube, man kann hier auch noch verhandeln, aber ich finde, sie haben sich das verdient. Wir verdienen ordentlich Kohle auch, haben bald das neue Betriebssystem fertig. Ich glaube, wir können uns das leisten, dass die ein bisschen mehr Geld verdienen. Und, ähm, müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir dann unser Betriebssystem hier recht schnell noch fertig kriegen. Und, ja, sie sind auch fleißig am Arbeiten. Es geht auch fast schon dem Ende der Alpha-Phase entgegen. Ähm, jetzt haben wir es geschafft. Jawohl. Jetzt noch, ähm, die Bugs rausfixen. Und dann können wir es eigentlich auch schon direkt releasen. Dazu werden wir das mal hier rausnehmen. Das soll dort nicht mehr mit dabei beworben werden. Fährt jetzt sowieso. Minus ein, das hier eigentlich auch noch. Ähm, und dann werden wir uns hier darum kümmern, dass unser neues Hardcore-Betriebssystem, Moralvin 2, an den Start geht. So, jetzt können wir natürlich hier auch schon mal anfangen, eine neue Software zu entwickeln. Vielleicht mal eine Game Engine. Ähm, direkt auch für das neue Betriebssystem. Das wäre vielleicht nicht das verkehrteste. Ähm, können wir sogar schon auswählen. Wunderbar. Und, ähm, dafür hat eine Abdeckung von 36% oder wahrscheinlich eine erwartete Abdeckung. Also ich weiß noch nicht, wie dieser Wert hier zu werten ist, weil wir haben es ja gerade erst veröffentlicht. Also theoretisch kann es jetzt nicht sofort 36% haben. Ähm, werden mal gucken. Vielleicht können wir es sogar noch für das Alte mit dazu nehmen. Ähm, vielleicht verändert sich da nichts von den Werten her. Ja, das könnten wir sogar noch dazu nehmen. Da haben wir sogar eine Abdeckung von 59%. Das heißt, Spiele, die wir dann entwickeln, können für beide Betriebssysteme verwendet werden. Und das ist doch schon mal ganz ordentlich. Nennen wir mal ganz profan Moral Engine. Und ansonsten eine Inhouse-Technologie, weil die soll kein anderer verwenden. Und, ähm, das erfahren wir noch nicht. Okay, das können wir alles so lassen. So, das nehmen wir in der Form. Ja, los geht's. Und dann werden wir, sobald die Engine fertig ist, natürlich auch unser erstes eigenes Spiel entwickeln. Bin ich mal gespannt, wie das ankommt auf dem Markt. Ähm, mit Spielen habe ich in der Anfangsphase schlechte Erfahrungen gemacht. Also, wir werden das natürlich testen, ob das irgendwie funktioniert. Ähm, bin ich auch gespannt drauf. Ähm, aber ich erwarte mir nicht zu viel. Eine Million. Sehe ich das richtig? Eine Million. Also, fast eine Million. Huh. Na, das Betriebssystem schlägt ein wie eine Bombe, würde ich sagen. Huh. Das dürfte dann auch direkt das beste Betriebssystem auf dem Markt sein. Hm. Hm, Outstanding, nee, hier populär. Ähm, Morrowind 2 hat mehr eingefahren als unser altes Betriebssystem. Wir könnten das alte jetzt auch vom Markt nehmen. Was wir aber auch machen könnten, ähm, wer ist denn unser aktueller Konkurrent? Ähm, eigentlich er hier und Smile Corp. Okay, Super Blade scheint nicht mehr aktuell zu sein. Ähm, wo wir noch erst überlegt haben, ob wir uns das vielleicht einverleiben werden. Aber wir könnten, ähm, Teta Club oder Klopp, ich kann es nicht ganz lesen, oder Smile Corp uns einverleiben. Ähm, beide Betriebssysteme sind, äh, letztes Jahr erschienen. Ähm, okay. Ähm, und immer noch sehr populär. Ähm, was haben wir denn sonst noch so hier an Gegnern? Ähm, von der Game Engine, na gut, das bringt uns jetzt nix, glaube ich, wenn wir das hier vergleichen. Alpha Fly, ähm, hat eine sehr gute Game Engine offenbar. Ähm, ähm, der Best Games gibt es doch noch gar nicht. Okay, kann ich aber schon auswählen. Antivirus gibt es auch noch nicht. Okay. Ähm, Audio Tool, gibt es dort irgendwelche Gegner? Naja, viel zu viele, als dass man sie aufkaufen könnte. Wobei, glaube ich, unser Audio Tool, äh, Profit, kann man sich das anzeigen lassen? Wo sind, wo stehen wir denn? Ähm, Mobile Audio. Na gut, wir sind noch am Anfang. Dafür sind wir von der Popularität her aktuell schon an Platz 2. Na, das ist doch schon mal ein sehr gutes Ergebnis, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ich überlege noch, wen wir jetzt hier aufkaufen. Also, eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn man gegnerische Betriebssysteme aufkauft, dass man die dann direkt auch wieder vom Markt nehmen kann. Einmal wäre halt Täter Club oder Club, ähm, und Smile Corp. Ähm, welches ist es denn? Welches ist denn neuer? Das hier, von Täter Club. Da gucken wir mal dort rein, ob wir uns die leisten können. Ähm, sortieren wir mal. Und, äh, Täter. Hier haben wir, sie haben genau ein Produkt auf dem Markt und das ist halt das Betriebssystem. Ähm, das könnten wir uns, wie gesagt, einverleiben. 76.000 wären 25 Prozent. Äh, das können wir uns locker leisten eigentlich. Komm, das holen wir uns. So, und da haben wir hier gleich, you saved the rights to run products. Okay. Wir werden dieses Produkt vielleicht auch direkt selber bewerben. Ähm, warum auch nicht? Ähm, denn es gehört ja zu uns dazu. Und ich glaube, das ist auch noch relativ, ähm, neu. Ähm, Details, obwohl, naja, so richtig auch nicht mehr. Ähm, wir werden es trotzdem nochmal versuchen zu bewerben. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was an Kohle rausholen. Und, ja, lassen wir mal laufen. Ob wir da noch irgendwie Geld bekommen dafür oder nicht. Auf jeden Fall schadet es nicht, wenn wir das, ähm, uns einverleibt haben. So, hier die Entwicklung nimmt auch langsam, äh, Fortschritt an. Wir verdienen doch noch ein bisschen was damit. Allerdings, natürlich längst nicht das, was wir, äh, für die Firma hingeblättert haben. Aber dafür ist ein Konkurrent weniger auf dem Markt, was die Betriebssysteme angeht. So, ähm, ich glaube, ihr seid auch soweit fertig. Da können wir promoten. Ähm, machen wir natürlich dann am nächsten Tag. Und dann können wir es auch direkt auf den Markt werfen. Besser gesagt, ähm, wir wollen es ja gar nicht auf den Markt werfen. Das ist ja eine interne Software. Das heißt, wir gehen auf No. Und dann können wir jetzt nämlich unser erstes Game entwerfen. So, da können wir nämlich auswählen unsere Game Engine. Und, ähm, dann wählen wir natürlich unsere eigene aus. Weil die haben wir ja gerade gut entwickelt. Ist von der Qualität her auch großartig. Und, ja, die nutzen wir natürlich dafür. Ein Visual Tool können wir auch wählen. Dann nehmen wir natürlich auch unser eigenes. Das Moral Draw. Deswegen haben wir das ja alles entwickelt. Und das Audio Tool nehmen wir natürlich auch unser eigenes. Jawohl. So, dann können wir hier auswählen, was soll das Spiel alles für Möglichkeiten haben. Natürlich aktueller Stand der Dinge. Eine 2D-Grafik, eine künstliche Intelligenz soll dabei sein. Und Qualitätskontrolle wird natürlich auch betrieben. Das soll ja schließlich ein gutes Spiel werden. So, Moral Win und Moral Win 2 sollen mit dabei sein. 61%, äh, knapp 62%, Abdeckung der Betriebssysteme. Und, ähm, wie nennen wir denn das erste Spiel? Tja, ähm... Gute Frage, da habe ich mich jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie können wir das Ganze denn nennen? Ähm... Gamers... Ne. Gamers GoMegas, ja. Gleich mal Werbung für ein gegnerisches Spiel gemacht. Nein. Ähm... Wie, was gab es denn für Spiele damals? Monkey Island, ja, ich weiß gar nicht, ob man das hier so reinschreiben darf. Aber warum eigentlich nichts Erwerbung für das Spiel? Ähm... Monkey Island. Das wird mal unser erstes Spiel sein. Jetzt schon mit 2D-Grafik, glaube ich, da. Das erste Monkey Island, gab es das schon mit 2D-Grafik? Oder war es nur textbasiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das erste... Ne, das müsste schon mit 2D-Grafik gewesen sein. So, dann nehmen wir das natürlich und, ähm... Abwohl... Monkey... Island, Monkey, Continent. Nennen wir es mal so, dass es nicht ganz exakt das gleiche ist. Aber ihr wisst ja vielleicht, was gemeint ist. So, ähm... Blablabla, das haben wir alles. Das haben wir, das haben wir, das haben wir... Müsste alles soweit passen. Können wir sozusagen entwickeln. Man sieht hier allerdings schon Innovation Level Low. Also, das wird jetzt kein besonderes... Kein besonders herausragendes Spiel werden. Dafür eine hohe Stabilität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit sind dabei. Na dann, entwickeln wir das Ganze. Und... Bin ich gespannt, wie sich das... Wie das am Markt ankommt. Ob wir damit irgendwie ein bisschen Kohle verdienen können oder nicht. Ich denke mal, dieses Betriebssystem werden wir jetzt gleich vom Markt nehmen. Wir werden mal hier das beenden. Und... Wo haben wir es denn? New Releases. Hier Details. Take-off-Market. Da sieht man gleich, man verliert enorm viel Reputation dadurch. Nur weil wir dieses eine Betriebssystem jetzt vom Markt genommen haben. Moral Audio fährt inzwischen auch ein Minus ein. Werden wir mal noch diesen Monat auf jeden Fall dabei lassen. Mal sehen, wie es nächsten Monat aussieht. Ne, werden wir runternehmen. So, dass wir jetzt aktuell nur noch unser neues Betriebssystem Moral Win am Start haben. Aber wir haben auch schon 2,5 Millionen auf dem Konto. Also eine ganze Menge. Wir können uns jetzt inzwischen schon ein bisschen was leisten. Das neue Spiel ist von der Qualität gerade mal mittelmäßig. Naja. Könnte besser sein, sozusagen. Wir haben neue Reviews. Moral Engine wurde veröffentlicht. Ja gut, aber das geht ja die Öffentlichkeit nichts an eigentlich. Täter... Täter Club Board Out. Wurde aufgekauft. Von uns natürlich. Und das steht jetzt auch in den Nachrichten drin. Das können die ruhig schreiben. Die sollen... Die Konkurrenz soll ruhig wissen, mit wem sie es zu tun haben. Haben wir denn noch ein gegnerisches Betriebssystem. Smile Corp könnten wir noch aufkaufen. Wie sieht es denn aus? Das können wir aber dann auch einfach nur noch vom Markt nehmen natürlich. Moral Win könnten wir noch vom Markt nehmen. Also das erste ähm... Ansonsten... Naja... Wir könnten Smile Corp uns mal anschauen. Wie die auf dem Markt so aufgestellt sind. Wo haben wir sie denn? Smile Corp. Hat auch nur das Betriebssystem auf den Markt geworfen. Also es ist ein ganz schöner... Ähm... Ähm... Ja... Kostet ganz schön viel. Nur dass man die gegnerischen Betriebssysteme aufkauft. Und dann vom Markt nimmt. Wir leisten uns... Ah, okay. Es geht nicht. Wir brauchen eine 5 Sterne Reputation. Ah ne, sind da mehr Sterne ein? Habe ich noch nie durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne Reputation bräuchten wir. Damit wir diese Firma aufkaufen können. Schade eigentlich. Liegt es eigentlich daran, dass die selber so eine hohe Reputation haben? Ähm... Kann man sich das irgendwie ansehen hier? Ähm... Produkts? Naja gut, die will ich jetzt nicht sehen. Die kenne ich ja. Schade. Auch nicht. Smile Corp. Ähm... Hat da doch hier Reputationen. 33,73. Ähm... Da steht es ja auch. Ähm... Wie sieht denn unsere Reputation aus im Vergleich zu den anderen? Wo stehen wir denn aktuell als Moralsoft? Ähm... Hallo? Moralsoft? Da... 84... 84% und das ist eine ganze Menge. Ähm... Da haben wir uns. Jetzt habe ich uns auch gesehen. Wir haben schon 6 Produkte auf dem Markt. Ähm... Na gut, behalten wir alles im Hinterkopf. Erstmal entwickeln wir natürlich unser Spielchen weiter. Das, äh... Hoffentlich gut bei den Konsumenten ankommen wird. Und aktuelle Qualität ist schlecht. Naja... Ich glaube, der Reißer wird es nicht werden. Wir bräuchten vielleicht auch nochmal jemanden, der sich ein bisschen mit Programmieren auskennt. Ähm... Und... Ähm... Höhnen wir mal auf eine Million. Und dafür suchen wir jetzt eine neue Angestellte. Und zwar, wie gesagt, ein Programmierer soll es sein. Ähm... Ähm... Dass das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht hier. Okay, da bekommen wir schon nicht mehr ganz die guten Leute. Ähm... Da haben wir wahrscheinlich zu wenig, äh... Kohle reingelegt. In den Fond. Ähm... Aber ihr seid auch nicht alle wirklich gut aufgestellt oder sympathisch mit uns hier. Ähm... Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Also, ich habe die Werte von Morrel nicht verändert. Der ist misantrophisch und, ähm... Wenn Cookie kokett heißt, dann ist er kokett. Also ein koketter Misantroph. Das sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Werte, mit denen die meisten Leute gerne zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben hier ein bisschen erschwerte Bedingungen. Aber haben ja notfalls die Kohle, dass wir einfach noch eine neue Suche starten können. Ähm... Ja, das bringt hier gerade alles nichts. Ne, wir suchen nochmal neu. Ähm... Und zwar ein Programmierer und volle Kanne. Und dann nochmal, sag her, was du hast. 52%, 37%, 33%, 2,5... 50, ne, das ist der höchste Werte aktuell. Aber hier ist nicht wirklich was dabei. 50% mit 32 Jahren. Ne, das würde ja gehen, aber das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Wir brauchen jemand, der besser ist. Wir brauchen jemand, der sich 100% mit uns versteht. Also notfalls bilden wir den auch aus. Also das soll gar kein Problem sein. Das investieren wir locker und gerne. Hauptsache, der versteht sich mit uns, mit unserem Misantrophen. Das ist wirklich ein starker Fehler, den ich da begangen habe am Anfang der Folge. Weil solche Probleme, Leute zu finden, hatte ich wirklich noch nicht. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass der Misantroph ist. Ähm... Vielleicht sollten wir auch einfach mal ein neues Team gründen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir unseren Moral irgendwo anders unterbringen. Und ein neues Team sozusagen entsteht, ähm... Wo Moral außen vor ist. Ähm... Tja... Sieht schlecht aus, oder? Ich mag auch nicht jetzt die ganze Folge hier dran suchen, ob wir hier irgendjemanden finden, der sich mit uns versteht. Das ist ziemlich ungünstig. Ich werde auch noch mal schauen, ob man vielleicht die Werte noch mal verändern kann, nachträglich in irgendeinem Save-Game von Maul. Ähm... Werde ich, glaube ich, mal inzwischen der Folge und der nächsten Folge mal probieren, ob man... Wie die Save-Games aufgebaut sind, ob man das noch mal irgendwo verändern kann, oder so. Wäre vielleicht wünschenswert. Ähm... Naja. Also hier ist wirklich nichts dabei. Die verstehen sich alle nicht mit uns. Das hatte ich wirklich noch nicht in dem Ausmaß. Aber gut, was soll's. Ob wir jemals weitere Mitarbeiter finden werden, dies und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein, Jungs. Bis morgen wieder. Ciao, ciao.